Musik Gruselig wurde es am Freitag und Samstag im Hohenmölzner Bürgerhaus. Die Tanzgruppe Sandflowers veranstaltete ihre Schwarzlichtshow. Diesmal unter dem Thema Alt wie ein Baum. Es ist bereits die dritte Show dieser Art, die Ute Steinbach und ihre Tänzerinnen in den letzten Jahren dem begeisterten Publikum präsentierten. Wo sonst akribisch darauf geachtet wird, dass jeder Scheinwerfer richtig ausgerichtet und die Kostüme und Deko passen, gab es diesmal nur Licht und Schatten. Minimalistisch und doch ideenreich aufbereitet. Da liefen zum Beispiel vor und auch teilweise während der Show Zombies durch den Saal und verbreiteten eine gruselige Stimmung. Auch die Deko im Saal und im Foyer erinnerte eher an eine Halloween-Party als an eine Tanzshow. Doch irgendwie gehörte das an den beiden Tagen zusammen. Die Choreografien waren den Umständen angepasst. So konnte ja das Publikum keine Gesichter sehen. Darum war die Gestik enorm wichtig. Stimmungsvolle Musik, überzeugende Tanzeinlagen und überraschende Lichteffekte ließen die dritte Schwarzlichtshow wieder ein Highlight werden. Ausruhen können sich die kleinen und großen Tänzerinnen aber nicht. Denn in vier Wochen heißt es ja schon Advent, Advent. Und die alljährliche Weihnachtsshow stimmt auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Diesmal unter dem Thema Frau Holle. Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. November.